moinsen leute herzlich willkommen hier ist der europa und wir spielen einen mod in black ops 2 der noch keinen namen hat also ist das der mod ohne namen ihr könnt ja gerne mal in die kommentare schreiben wie das ding heißen könnte sollen tun möchte wie auch immer weil ich weiß es noch nicht wie ihr seht habe ich hier zwei lustige kleine taschenmesser in der hand ballistik vor drin ja dann habe ich auch noch so ein wurf achs ding dabei und so ein taktik einstieg den ich total vergessen habe hier hinten hin zu legen und weg ist er so glaubt nicht und jetzt tun die schon wieder die armen toten typen hier befummeln aber ist ja auf jeden fall aber hier mein team ganz viele namen stehen da und hier haben wir noch ein anderes team mit ganz vielen roten namen ja hallo team hallo 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 so verteilt euch markt wir spielen auf jeden fall dieses dingen hier ich erkläre eben den zuschauern wie es abläuft das ist im prinzip wie brennball wird man sagen nur ohne brennende bälle es darf nur gemessert bzw es darf nur geschossen werden mit dem neuen ballistikmesser und getomahockt werden nichts anderes und das hier ist die mittelgrenze von diesen hässlichen klumpen hier entlang hier drüber dann kann ich nicht weil ich zu fett bin und hier so rüber und hier das ist quasi die grenze das team mein team darf sich nur darauf halten gegner team nur da das ist recht einfach messern ist verboten und wir können jetzt starten und ich hab daneben geschossen so los geht's nicht vergessen ihr dürft ihr dürft nicht auf die gegnerische seite das ist verboten ja toll ich war gar nicht gesetzt Nein... Aaach! Das nennt man presidente.... Ohohoho... Oooo Alter! German... Weiterhin Da fang! FACK! Fran Cain FANG Ich hätt ehrlich Bratwurst Dann lassen wir uns gegenseitig killen. Verdammt. Scheiße, ich habe keine Muppe mehr. Ich brauche hier einen Nachschub. Da ist eine Axt. Da ist eine Axt. Da ist eine Axt. Okay. Hilfe. Muni, Muni. Ah. In der Regel liegen ja hier überall die Äxte rum. Also ihr könnt euch die einfach mal wieder wegholen. Weil es ist... Ah. Ah. Ah, nein. Schon wieder. Da hat es den Eurobust zerpflückt. Wollen wir mal einen Pieper hinschmeißen hier. Oh, 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 oh. Scheiße. Hätte der klappen können. Nein. Hilfe. Ich habe wieder... Au. Ihr seht ja unten an der Zeit, das Ganze geht noch circa 15 Minuten. Mal gucken, wie das im Endeffekt ausgeht. Au. Autsch. Oh, nein. Ach, daneben. Mist. Ha. Getroffen. Bammeln hier. Verdammt. Hat es getroffen. Nein. Autsch. Ach, es ist ein Autschekonvention, ne. Ja, hier hängen überall die Dinger in der Wände, ne? Fuck. Jo. Oh, guck am der denn jetzt hier. Der steht da auf einmal auf, ey. Moni! Moni! So, hier mein Pieper. So. Ja, nicht grün hier? Ah. Ja, ich hab den. Das gucke ich mir jetzt an. Ja, ganz toll. So, piepen. Lock nicht. Ich hänge fest. Lecker ist. Entschuldigung. Jo. Das hast du nicht gesehen, oder? Hä? Äh, äh. Nee, 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 nee. Alles gut. Warum? Alles gut. Das gibt es doch nicht. Verdammt, hat er mich schon wieder getroffen, ey. Ha. Lecker ist. Lord. Abpolle. So. Abwurst. Hm. Nein. Doch. Boah. Mensch. Ah. Jetzt hab ich gedacht, ich könnte den vielleicht mal so wegholen. Hat's wohl nicht hingehauen. Ah, scheiße. So. Verdammt. Ihr blockt mich alle. Block den. So. Hopp. Hab dich. Schön den Kopf ringen. Schiff. Ups, nee, ist noch. Aber, Junge. Ey. Alter, klau doch mein Kühl. Axt. Axt. Wer? Ich bin so doof. Ei, Euro? Ja. Ah. In my head. In my head. Autsch. Bruchgamer. Bip, bip, bip. Bitsche noch. Was? Abbraller. Oh. Ich häng fest. Ah, kacke. Dich wollte ich auch grad wegbrechen. Oh, warte mal. Taktik reinstecken. Lol. Haben wir uns gebeten. Hätte ja klappen können. Hätte ja klappen können. Hua. Oh. Verdammt. Was ist das, mein schön? Ja, im Laufeckung. Ich hab auch gebeten. Ah. Hat er mich da aus der Deckung weggetommen, hockt, ey? Ups. Ich vergesse, als mein Taktik den hinzuschmeißen. Leck, Toast. Ja, was denn? Du bist schwarz. Leckerl. Ah, hey. Das fand ich jetzt nicht so schön. Oh, ich häng fest. Jo, an random durchgeschossen. Alles nützlich schwarz bin. Das gibt es doch nicht. Hallo, blöd. Loll, Patrick. Übe schon wieder. Patrick. Ja, warte. Ach, schon wieder daneben. Oh, hässlich. Wieder daneben. Ach, wie schaff ich heute. Jetzt hat er. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Loll, Appreller. Ihr schmeißt mir als Äxte vorm Kopf. Das geht dir mal gar nicht. Oh. Oh, geil. Schon wieder. Wie stehst du denn hoch? Scheiße. Oh, just ack. Ja. Hör mir vorüber. Aber, halt. Alter, wie viele Äxte liegen hier bitte bei uns in der Ecke. Das ist ja krank. Ja, genau so. Oh, Captain. Oh, Abstoß. Bam. Oh, Gott. Hab eine Bedrohung. Oh, mein Ballistik. Ah, verdammt. Ja, ich hab durch. Nein. Dobbelabstoß. Oh, mein Gott. Just for fun, Mann. Oh, just for fun, please. Oh, ihr blockt mich alle, Junge. Ich bin in Ruhe. Oh, schmeiß ich denn meine Axte, ey? Ich brauch Äxte. Nein. Oh, dann. Der Wackenab. Ah, verdammt. Ich brauch Nachschub. Hier, kein Äxte hier. Verdammt. Oh, 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 oh. Oh, Alvormar. Alle kaputt. Also, eigentlich müsste ich jetzt hinten an unserer Basis stehen bleiben. Ich hab grad ne schöne 2er KD. Ich hab auch ne 2er KD. Ich hab ne 2,38er. Ich hab ne 2,1er. Oh, und ich hab ne 0,9er. Schade. Bruchgeber. Jetzt hab ich ne 2er KD wegen dir. Halt. Ah, verdammt. Das gibt es doch nicht, ey. Ab, Rallor. Nein. Hatschuld. Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Halt doch mal still, Mensch. Toll. Keine Mumpeln mehr hier. Och, Patrick, man. Du scherzst auch so viel, man. Oh, Triple Hilt. Ja, verdammt. Was? Nein. Hä? Dein Schlecker ist aber... Oh, ich hab nicht meinen Taktiker noch zu verzieren. Oh, Europass. Ja. Oh. 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 Mach du viel Spaß. Da hat er mich ge... Ach, verdammt. Ich blöcke mich doch nicht. Also, also, dämmer mich, Alex. Wer hat das jetzt gesagt? Verdammt, 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 verdammt. Autsch. Verdammt. Frank. Na, ich hab dich noch mitgenommen. Ich hab dich noch mitgenommen. Nein. Gut gemächt. Nein. Das war quasi ein, 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 ein Würstchen. Ein Würstchen. Eine Axt zum Mitnehmen war das. Oh, ich hab gar nichts mehr. Keine Munition. Ich find nix. Bob. Ah, hier. Boah, die haben alle Glück. Autsch. So. Jo, Leute. Was geht der hier? Oh, Mist. Komm, mich hinlegen. Telefon. 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 Ich hab mir sagen lassen, das könnte ein Anruf sein. Ja. Flyer ist der in Lotto gewonnen, weißt du es noch nicht. Nein, verdammt. Und jetzt, weil du nicht dran gegangen bist, ist die Million leider weg. Scheiße. Meinst du? Ja, ich hab durch. Ja. Das tut mir doch echt leid. Hier spricht Günther ja auch. Ihr Kumpels auf der 1-Millionen-Euro-Frage. Alter, Captain, ich hab meinen Taktik-Engstieg nicht gesetzt, ey. Scheiße. Ich kann grad nicht, ich bin abzuhren. Wer hat mich denn nicht getroffen, what the fuck? Ach, Taktik hier. Taktik vor dem Wind. Verdammt. Wait it. Eurobar, du blockst dann schon deine Echse. Nein, nicht, nicht rüberkleiden, alt. Wo seid denn ihr alle? Ja, beide keine. Da. Ach. Wisse. Alter, Bruchgamer. Hup, im Kopf. Oha. Au, Alter. Weil du es verdient hast. Äh, sammeln. Hilfe. Kann ich da wieder einer? Autsch. Ja, kommst du vorhin. Ach, scheiße, ich brauch mich. Oh, what's that? Nein, verdammt. Verdammt. Noo. Also, ich seh grade auf der Statistik, dass ich echt weit unten bin. Ja. Ja. Oh. Aber dafür bin ich höher, höher, ne? Höher, ne? Oh, Justice Man, du f***st mich die ganze Zeit. So. Hab dich. Ich häng fest. Ja, zwei AKD. Hilfe. Oh, Bruchgamer. Au. Ah, die schon wieder. Ups. Ja. Ups, nein. So. No. Mein Gott, Alter. Ach, nö. Immer der gleiche, der mich gekriecht, ey. Du bist ja in den Schuss gerannt eben gerade. Irgendwer wurde grad ins Team angeschrieben. Hallo. 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 Das fand ich gut. Von wem kann das jetzt? Oh, ich hab einen Viererabschluss gemacht. Yeah. So. Ah, ich komm nicht raus. Da komm einfach raus. Ah, verdammt. Ich dachte, ich hab noch ne Axt. Willkommen zurück. Au, Alter. Vorhin in der Deckung war ich, ey. Axt, axt, axt. Was machen eigentlich der Feierer-Tailor hier? Da steht ja nur ne Ecke. Hallo. Geht's dir gut? Vielleicht würde er sich ja wohl, da wo er steht. Hallo, Lieb. Justice f*** dich. Ich hab keine Munition mehr. Ich brauch eine Axt. Ich brauch eine Axt. Oh, scheiße, hat sich erledigt. Los, retz den Eurobass. Ja, aber wir sind leider nicht im Battletail. Oh, Black-Eyes. Oh, we made it. Hattet ihr mal von euch das gehört? Hä? Black-Eyes. F-f-f-f-f-f-f-f. So. Ach, verdammt, was hockt der da unten. Jetzt bin ich dritt. Warte, wer ist auf stumm gestellt? Oh, nee, nee. Oh, hallo, ist grad eben. Nein? War ein bisschen weiß vielleicht. Ich häng fest. Ich find keine Messer mehr. Hey, just tag, nicht so fight for it. Nee, nee, das war noch Mitte. Nee, war nicht Kim, Mitte. Das war schon echt was auf Mitte Seite. Verdammt. Verdammt. Halt doch mal still. Das gibt es doch nicht. Oh, ich hab mich etwas gebessert. Ich bin nicht mehr ganz hinten. Ich bin nicht mehr ganz hinten. Das beruhigt mich schon wieder ungemein. Oh, warum bin ich denn da hochgeklettert? Wird nicht gekrabbelt. Wir haben ja eine Krabbelgruppe oder was. Oh, Tomok. Ach, verdammt. Au. Das täglich. Ach. Oh, Leute. Das ist der Fall. Du bist doch nicht, bitte. Ich weiß, es ist ein Hammer. Oh, nein. Hier sind ganz viele Päckchen. Das hackt, du hackst. Jo, danke. Oh, warum kletter ich denn aus der Ohre, ey? So dämlich, echt. Sorry. Oh, nein. Ich weiß nicht, wie wir nochmal fangen, aber nee. Ach, nein. Ey, mein Name ist fetter, darf mich nicht hier, ne? Au. Leute mit den gleichen Namen müssen immer zusammenhalten. Oh, mein Gott. Das ist deine Mama nicht beigebracht. Scheiße. Nein, ich hab keine Mutti mehr. Ich wusste ja bisher, dass ich das so gesehen habe. Scheiße. Oh, verdammt. So wieder. So. Oh. Ein. We made things. Ich war doch gleich drin. Oh, ja, was ist los? Du fliegst auf den Boden. Oh, einen hab ich. Hey, ich bin gestessen. Ja, deswegen nicht. Warum krabbelst du alles da oben drauf rum? Leergeschossen. Das irritiert mich. Mann. Black guys, man fickt dich. Tschuldigung, aber. Weil mich hier noch was schlechter hat und Dreck. Alter Bruch, Gamer. Ah. Oh, böse. Nicht reinsetzen. Ja. Mann. Du bist da reingerannt. Du hast nur Tode reingebrannt. Ach, Mann, oh. Ich geh da nicht mehr hin. Oh. So. Nein. Mein Taktische geht immer weg. Ah, ich brauch Munition. Ah. Ah, gerade ich hochkomme. Verdammt. Ach, komm, Black guys. Oh. Geht's dazu, den Arm auch zu werfen? Geht's doch. Ja. Na, endlich. Hört auf, mich zu blocken. Alter, wie viel Tom auch's. Ich hab keine Muni mehr. Ah, Black Eyes, ey. Du bist immer der, der mich weghaut hier, ne? Nein. Fabricke. Steck mich echt in der Wand. Oh, gleich sind die Minuten aber um. Ja, noch zweieinhalb Minuten. Ja. Wir wollen nochmal. Noch ne, oder? Nicht herzlichen. Ah, du hackst doch, Mann. Das gibt's echt. Ups. Taktikeinstieg. Nichts. Flop. Ah, Black Eyes. Weil die Zeit vergeht. Ja, ne? Ja. Oh, Cat Danger. Besser, 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 besser. Das gibt es noch nicht. Ah, blockt nicht. Nice one. Ah, blockt nicht. Europa. Ja. Nein. Ich wollte gerade meine Axt nachladen. Haha, witz von raus. Felix, du rennst mir eben in den Schuss rein. Ah, nein, Quatsch, ich doch nicht. So, weg mit dem Ding hier. Attacke, Attacke! Nein, schon wieder. Toll. Ja, getroffen. Ja, getroffen. Alk. Scheiße, nicht getroffen. Hab dich wieder, glaub ich. So, schlup, schlup. Und auf geht's. Ich hab keine Munition. Oh, war das doch mal knapp. Der mit dem Klauen. Ach, nö. Black Eyes Hitter, weißt du, ey. Ah, Hilfe. Der wer tänzt sich da oben die ganze Zeit eigentlich so rum. Ah, nein. Raus, auch laut, die Märchen. Just for fun, ey. Ja, just for fun halt, ne? Nein. Tanz da oben rum wie so eine Prima Ballerina, ey. Vielleicht ist er ja eine Prima Ballerina. Er will's nachschauen. Boah, ich hatte für alles auf mich zugeflogen. Wie alle mir in den Weg rennen, ey, dich. Patrick, man, du, 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 du. Ich hab nicht. Ihr hättet mir nur alle im Weg rein. Dann konnte ich es einfach nicht gegenwachen. Mann, ich will jetzt den da oben treffen. Das ist wirklich doof, dass der jetzt da rumhüpft. Ohne Scheiße. So, jetzt. E, nun hast du den Torhauks an mir vorbeifliegen. Ah, nö. Hat mich getötet, während ich gespawnt bin. Deswegen konnte ich meinen Dings nicht setzen. So, ich bleib jetzt hier. Ich hab meine zwei LKD. Wer? Für Felix. Ja, genau du. Ich meine genau dich. Ich brauch Munition. Ab in die Ecke mit dir. Schäm dich. Kämpfer. Das gibt es doch nicht. Na, noch 19 Sekunden. Eurobass, guck dir das bitte an. Das ist schämlich bitte für ihn. Ich hab ihn in die Ecke. Ich hab einen gekriegt. Ich hab ihn gekriegt, der da oben rum getont ist. Doch, take du Hexen. Ich kriege noch Messer, Messer, Messer. Verdammt, ich kriege mir den Messer mehr. Ach, noch zwei Sekunden. Ich hab's sowieso vergessen, meinen Tatsi-Einstieg zu setzen, sehe ich gerade. Na, ich bin dritter in meinem Team. Unser Team hat gewonnen, sehe ich gerade. Ich bin zweiter, yay. Ich bin letztendlich. Erster. Mein Team hat gewonnen, das ist schon mal dufte. So sollte das laufen. Richtig so. Und ich bin nicht der Schlechteste, das ist auch schon mal... Ja, schön. Hat Spaß gemacht, war lustig. Das ist mal was anderes, weißt du, wie immer nur rumballern hier. Ja, schreibt es in den Kommentaren, wie es euch gefallen hat. Und schreibt mal in die Kommentare, was für einen Namen man in den geben könnte. Auch an euch, die ihr mitgespielt habt. Ihr könnt euch ja auch was ausdenken und das runterschreiben dann. Bratwurst. 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 Ja, Bratwurst. Bratwurst. Meinst du Bratwurst, Weitwurf? Softball. Softwurst. Oder Scharfes Würstchen, weißt du? Ketchup treffen. Let's Play Scharfes Würstchen. Eint klingend. War schön, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich bedanke mich, ich bedanke mich, ich bedanke mich für euch fürs Teilnehmen. Ich bedanke den Zuschauern fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss. 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 Tschüss.